jo Leute was geht ab ich bin Simon wieder auf meinem Kanal heute mache ich einen neuen Auftrag von Baufortsätze Aufträge und zwar erste Phase etabliere eine Gerätverbindung in der Nähe von Kondo Canyon äh und äh Conny Crossroad oder comment Corvan äh Carvan einmal 40.000 xp hier sind mal alle auf der Karte markiert und dann würde ich mal sagen sehen uns gleich wenn wir in einer Runde sind bis gleich Leute ja ich bin auf der Karte ganz genau hier bei Kondo Canyon der Karte ganz genau hier und ja ihr seht ja hier diesen Schild und direkt hier seht ihr auf jeden Fall etwas blaues am Boden liegen mit so auf jeden Fall Pfeile und so so hier ein Gerät also das auf jeden Fall eine Gerätverbindung die müssen wir etablieren so zeigt einmal rauf gehen und der zweite Phase also es war so abgeschlossen jetzt die zweite Phase und zwar Birkei O Umschläge mit streng geheimen Plänen drei Stück äh auf jeden Fall es gibt hier in Kondo Canyon drei Stück äh und wir gehen direkt zu den ersten Ort bis gleich so zack Leute auf der Karte bin ich ganz genau hier bei der Barriere ganz genau hier hier ist dann die Geheimpläne einmal interagieren so zack 1 und 3 und dann sehen wir uns direkt bei den zweiten Ort ja Leute ich bin auf der Karte ganz genau hier so zack hier ist mal Geheimplan einmal einsammeln sehen wir uns direkt bei den dritten und letzten Ort ja Leute hier haben wir auf jeden Fall einen Gegner sind gerade ein äh Panzer ich werde euch zeigen wie es auf jeden Fall ein Panzer so aussieht wir haben gerade hier ein Gegner gekillt kommt direkt zum Auftrag denn auf jeden Fall Leute hier ist direkt die Barriere und direkt hier ist auf jeden Fall die den Geheimplan einmal interagieren Auftrag abgeschlossen alle zwei Phasen und ich hoffe das Video hat euch gefallen lasst gerne ein Like und Abonniert gerne an meinen Kanal lasst Glocke aktiv dass ich kein Video mal verpasst und schön damit sagen das war schon mit dem Video und ciao haut rein bis nächstes mal tschüss tschüss tschüss